Ich bin nicht sicher. Ich kann mal kurz im Lexikon sehen. Und zwar wollte ich was gucken zu dem hier. Ausdauer hoch. Aufladen langsam. Beides ist langsam. Hm. Ich dachte, das wäre etwas schneller. Aber wenn beides gleich langsam ist, nehme ich das doch nicht. So. Natürlich brauche ich das und das. Das und das. Vielleicht würde sich das empfehlen. Aber auf jeden Fall nehme ich das hier jetzt mal mit. Ja, so. Das hier. Das hier. Und das hier. Fehlt mir irgendwas. Warte mal, ob ich das habe. Tintintintintin. Hab ich das. Ah doch. Muss eigentlich alles drin sein, ne? Was ich so gebrauchen könnte. Auf jeden Fall so eine Eisblume wäre nicht schlecht. Erstens, sie schießen langsamer. Und die werden insgesamt langsamer einfach. Huch, da habe ich aber die... Sonnenblume... Äh, die Sonne... Die Sonne schnell bekommen. So schnell wie möglich ausschalten. Ziemlich schwer. Ja, ich gebe zu. Und warum habe ich... Ach, die kostet 175. Verdammt. Ich glaube, ich habe mir... Ach, nee. Das war jetzt nicht schlau, was ich gemacht habe eigentlich. So. Das tun wir hier hin einmal. Und das hier hin. Naja, so langsam ist... Aufladung ist nicht sehr langsam. Kannst du gar nicht. Ich finde die sogar eigentlich relativ schnell. Ich werde hier jetzt erstmal viele... Blumen... Positionieren, weil ich die einfach brauche. Weil die hier Schrott gehen, natürlich. Bei dem Kreuzfeuer... Was hier kommt. Ja. Ich habe da gleich in der Höhe ungefähr. Dann hier auch nochmal ein paar Blümchen hin. Und dann... Zack. So. Ungefähr. Hier dann... Argelzuckererbsen. Ob der Plan aufgeht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und ich glaube sogar, er geht nicht auf. Müssen wir eigentlich einfach ab. Zack. Tun wir das auch mal hin. Okay. 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 Oh, knapp. Hä? Sieht es ihm nichts ab? Gut. Was hat der denn für ein Glück gemacht? So. So. Schön langsam. Weil ich schieße immer noch gleichmäßig schnell. Das ist nicht gut. Das Dumme ist ja hier. Schau mal den an. Den Kollegen. Wird nichts abgezogen. Das war eigentlich nicht so mein Plan. Mann. So. Den lasse ich hier durch passieren. Alter, dieser Fresssack da. Das heult mein Sack schon wegen dem, ey. Mann. Was ist das für ein Kack? Find ich nicht nett. Find ich gar nicht nett, Thomas. Und er ist schon weg. Und er ist wieder da. Oh, nee. Diese dummen Teile, ey. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Der schafft es, glaube ich, nicht perfekt. Schon mal nicht schlecht, aber der andere hat es leider nicht geschafft. Ooooooh. So a shit. Oh, nee. Und jetzt kommt genau auf der Seite einer hin. So, das Geld ist mir gerade wirklich egal. Alter, warum ist denn da keiner? Sofort einer hin. Ah, der da unten ist auch wieder frei. Bitteschön. So, passt mal auf, was ich jetzt mache. Ich werde hierhin auch so ein Teil tun. Und zwar... Komm schon, bitte, bitte. Schneller, schneller. Oh, scheiße. Nicht das Teil. Das war deswegen, wenn ich da was hin tun kann. Aber nicht ganz so schlimm. Aber nicht ganz so schlimm. Ich könnte es jetzt wirklich schaffen, ey. Dann wäre ich sowas von Arsch pro. Das müsste jetzt eigentlich relativ safe sein. Relativ. Hier müsste ich auch noch vielleicht zwei Eisblumen hin tun. Das wäre nicht schlecht. Hier noch ein Duplinator. Mist, die haben sich durchgefressen. Oh, ich kann es nicht glauben. Komm, hier, nun den hier. Zack. Ja, klar. Der Matschkoppel ist jetzt wieder zu blöd für alles. Alter, ey. Der ist so dämlich manchmal. Das liegt dann echt auf. Zumindest ein Smich. Hmm. So, gleich kommt die zweite Welle. Ja, der ist wieder voll. Das heißt, ich... Wechsel hinaus. Okay. Okay. So, und eine weitere Welle. Meine Mauer hält Stand im Moment. Aber jetzt werden herrige Geschütze, wie ich sehe, ausgefahren. Zack, und der wird ihn jetzt umbringen, hoffe ich. Ah, hat so gut wie alles abgezogen. Wird nicht mehr lange leben. Wollen wir mal das hier mal hin. Sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ach, da kommt wieder ein Dicker. Achtung. Incoming. Söly. Sölychen. Der ist tönt, yeah. Schese. Schese, Käse, Wiese. Äh, hier noch einen hin. Hier noch ein Duplin hin. Gleich. Sieht sehr, 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 sehr gut aus. Juhu, ich bin so froh, dass es endlich klappt. Beziehungsweise es scheint zu klappen. Und das sieht nicht gut aus. Der hier, der wird sich durcharbeiten. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und das war's. Aber Gott sei Dank habe ich gerade wieder... Ist sie gerade wieder aufgeladen. Hier ist wieder so ein Dicker. Ist auch ein Dicker, aber der wird es nicht überleben wahrscheinlich. Aber der hier, der ist im Moment... Ein engerer Kanditerarzt. Dann tun wir auch noch mal einen hin. Gut, der muss vernichtet werden, aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Schneller, schneller, schneller. Ja. Wenn der hier alles zerstört hätte, dann... Oh Gott, ey, dann wäre ich echt deprimiert gewesen. Aber Isionic der Fall, wa? So, du tötest gleich den hier. Den Nüsschen-Typen da. Ah, ich bin gerade so fröhlich. Da ich es jetzt wahrscheinlich geschafft habe. Vielleicht auch die letzte Welle, aber ich habe eigentlich keine Bedenken, dass ich es jetzt noch vergeigen kann. So, hier tun wir auch nochmal einen Double hin. Und ich denke mal, das war's jetzt. Ah ja, hier können wir dann auch noch eventuell später was hin tun. Wenn wir jetzt zur letzten Welle kommen. Die gleich ist. Den tauschen wir hier jetzt mal um. Die anderen sind alle noch... Fröhlich! Naja, der hier nicht ganz so. So. Bringt ihn doch um, ey. Mist, da unten. Der kommt durch. Das war noch nicht mal die letzte Welle, ey. Ich glaube es nicht. Dammit, 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 dammit. Alter, ich glaube es nicht. Die sind sowas von stark. Die dummen Teile, ey. Ja, ich nenne sie Teile. Was? Oh! Alter, what the fuck is this? I don't know. I can't believe this. Why, why, why? So. Hier können wir auch nochmal einen hin tun. Wir haben sowas von viel Asche. Nicht? Ja, wir haben's. Wir müssen es jetzt wirklich geschafft haben. Also, das muss jetzt wirklich sein. So, der Typ muss gleich ausgerüstet werden. Dann ist natürlich noch ein Duplinator hin. Geht das noch ein bisschen schneller. Oh, da ist ja schon die Hälfte gefallen. Das ist ja wunderbar. War ist das? Bombastico. Dann haben wir's geschafft. Endlich. Ich bin so froh. Hoffentlich könnt ihr meine Freunde dann mitteilen. Und er weint 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 und er hat einen Armfall und er ist tot. Und wir haben das Minispiel erfolgreich beendet. Yeah.